Es ist absolut grausam. Zigtausende Blaumeisen sterben gerade qualvoll durch eine mysteriöse Vogelkrankheit. Der Naturschutzbund ist alarmiert und auch Vogelexpertinnen und Experten sind in größter Sorge. Während Corona uns in Atem hält, gibt es auch bei den blauen Kleinvögeln eine regelrechte Epidemie. Ein bisher unbekannter Erreger grassiert in der Vogelwelt und noch gibt es keine eindeutigen Laborergebnisse. Vermutlich steckt eine hoch ansteckende Infektionskrankheit dahinter und Ornithologen haben schon einen Verdacht, was genau die Ursache ist. Aus Clixoom Nature gibt's täglich spannende Videos aus den Bereichen Umwelt und Natur. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! Herzlich willkommen! Clixoom Nature ist Teil von Wir bilden Zukunft, der Bildungsinitiative von Fridays for Future. Unter diesem Hashtag findet ihr noch mehr coole Inhalte. Ihr habt sie bestimmt alles schon mal gesehen. Die niedlichen kleinen Vögel sind nur etwa 12 Zentimeter lang, ihre Flügel und Schwänze sind auffällig blau und ihre Bäuche gelb. Daran erkennt man die Blaumeisen sofort. Aber gerade passiert hierzulande etwas wirklich Schreckliches mit den eigentlich so lebhaften Singvögeln. Schon seit März werden immer mehr kranke und sogar tote Blaumeisen gefunden. Anscheinend hat eine noch unbekannte Krankheit schon mehr als 10.000 Vögeln das Leben gekostet. Das ist eine heftige Zahl und sie wächst noch weiter. Die Tiere zeigen verschiedene Symptome. Manche von ihnen sitzen nur noch apathisch auf dem Boden und haben nicht mal mehr einen Fluchtreflex, wenn man sich ihnen nähert. Bei anderen sieht man ein aufgeplustertes Gefeder oder Probleme mit der Atmung. Bei manchen kommt sogar Sekret aus dem Schnabel oder den Augen. Die, die es nicht geschafft haben, liegen in der Regel auf dem Rücken und sehen mit ihren struppigen Federn einfach furchtbar aus. Der NABU, der Deutsche Naturschutzbund, meldet, dass es eine geografische Häufung des Vogelsterbens gibt. Besonders viele Fälle kommen wohl aus einem Streifen vom Saarland über Rheinland-Pfalz bis ins Mittelhessische hinein. Die Hauptausbruchszonen liegen im nördlichen Rheinland-Pfalz, in Rheinhessen und im Westerwald. Ein weiteres Zentrum der schrecklichen Vorfälle ist im Westen Niedersachsens. Bisher ist noch nicht geklärt, was für das Sterben der Vögel verantwortlich ist. Die lokalen Veterinärämter und das Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Truppenmedizin in Kooperation mit dem NABU untersuchen die Fälle gerade. Vogelexperten und Expertinnen schließen schon viele bekannte Vogelkrankheiten und Erreger aus. Darunter auch das Usutovirus, das durch Mücken übertragen wird und an dem viele Amseln sterben. Doch die Insekten sind momentan noch wenig aktiv. Das ist als Auslöser also unwahrscheinlich. Das gilt auch für das West-Nil-Virus, das ebenfalls erst im August und danach Hochsaison hat. Auch eine bekannte Erkrankung namens Trichomoniasis ist vermutlich nicht die Ursache, denn der Parasit braucht sommerliche Temperaturen. Natürlich kam auch schon die Frage auf, ob es an Coronaviren liegen kann. Doch die sind bis jetzt reine Säugetierviren und wohl kaum auf die Vögel übergesprungen, so die Experten und Expertinnen. Aber was ist dann der Auslöser? Der Vogelexperte Lars Lachmann hat einen Verdacht. Eine Krankheit aus Großbritannien, die seit 1996 bekannt ist und dort speziell Blaumeisen befällt. Dabei handelt es sich um eine bakterielle Lungeninfektion der Vögel. Bei den britischen Tieren ist sie zwar weit verbreitet, aber bisher gab es hier nur relativ wenige Fälle. Der Erreger wurde in Deutschland das erste Mal in 2018 festgestellt. Und das nicht weit von der jetzigen Ausbruchsregion. Und zwar bleiben die britischen Blaumeisen auf der Insel und von den deutschen Singvögeln fliegt nur ein Teil über die Wintermonate weg. Aber es reicht schon ein einziger Kontakt aus und die Krankheit kann sich über die Grenzen hinweg auf andere Tiere übertragen. Die Fachwelt hofft jetzt auf schnelle Ergebnisse, um die Krankheit genau bestimmen zu können. Bis dahin können wir aber alle etwas tun. Damit sich die mysteriöse Blaumeisenkrankheit möglichst nicht weiter ausbreitet, hat der NABU dazu aufgerufen, Futterstellen und Vogeltränken wegzuräumen, sobald tote oder kranke Vögel beobachtet werden. Also aufmerksam bleiben und wenn man apathische oder sogar tote Tiere im Garten entdeckt, einfach das Füttern und die Trinkmöglichkeit wegräumen, damit die Tiere sich nicht untereinander anstecken können, wenn sie sich an solchen Plätzen tummeln. Außerdem kann man tote Blaumeisen beim NABU melden oder Fotos einsenden. Den Link mit weiteren Details zu der Aktion ist hier unten in der Videobeschreibung. Wir hoffen, dass die Ursache bald gefunden wird und halten natürlich hier auf dem laufenden wie es mit den Blaumeisen weitergeht. Klimawandel ist tödliche Gefahr für Zugvögel. Anklicken, anschauen und Clixoom Nature auf jeden Fall abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und allen, die uns hier als Kanalmitglieder oder auf Patreon unterstützen, tausend Dank euch. Ihr seid einfach super. Bis dann. Bleibt dran.